Er ist kein Argumentenzulänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderia. Neuptomist. Wie bitte? Er ist kein Argumentenzulänglich. Ja und? Irgendwas muss getan werden. Meanwhile... ... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.